HSG Wetzlar Femte. Die stärkste Handballliga der Welt. Präsentiert von Kinopolis Gießen. Es geht wieder los. Knapp 4000 Fans der HSG Wetzlar freuten sich auf den Heimspielauftakt in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Die Mannschaft konnte im Kern zusammengehalten und punktuell verstärkt werden. Und die Grün-Weißen waren mit einem Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Gute Voraussetzungen also für das erste Spiel vor der euphorischen Kulisse in der Rital-Arena. Und die HSG startete gut in die Partie gegen Pokalsieger Füchse Berlin. Früher 4 zu 3 Führung durch Neuzugang Joao Ferraz. Doch danach übernahm Berlin die Kontrolle, traf über die zweite Welle mehrfach. Nach einem Doppelschlag von Vukovic und diesem Treffer von Fritz führt Berlin 8 zu 6. Vor allem die Wetzlarer Deckung machte zum Saisonstart einen etwas holprigen Eindruck. Doch Wetzlar kämpfte, zeigte sich von dem Rückstand unbeeindruckt und mit der Unterstützung der lautstarken Fans kamen die Gastgeber wieder heran. Treffer von Maximilian Holst und Evers Klesnix brachten die Mittelhessen beim 8 zu 11 wieder auf drei Tore heran. Doch einer war richtig heiß bei seiner Rückkehr nach Wetzlar. Ex-HSG-Profi kennt Robin Tönnesen mit zwei Treffern am Stück. Doch zur Pause die Grün-Weißen immer noch in Schlagdistanz. Nur 13 zu 15 der Rückstand für die HSG. Und Trainer Wandschneider fand die passenden Worte. Wetzlar kam mit viel Schwung aus der Halbzeit. Steffen Veth mit dem Anschluss. Doch der psychologisch wichtige Ausgleichstreffer, der wollte den Mittelhessen einfach nicht gelingen. Die Gäste wirkten gefestigter. Die Deckung stand gut und die Chancen in der Offensive wurden konsequent genutzt. Wir machen einen Sprung vom 16 zu 15 hin zum 21 zu 16 für Berlin. Fünf Tore Vorsprung für die Füchse. Das war die Vorentscheidung. Wandschneider stellte die Taktik zwar nochmal um auf eine offensive 3-3-Abwehr, was kurzzeitigen Erfolg bescherte. Tobias Hahn über rechts außen. Aber zu mehr als Ergebniskosmetik langte es nicht mehr. Die HSG verliert das erste Spiel vor heimischer Kulisse mit 27 zu 33. Ja, also wir haben eine gute Abwehr gespielt und Stärke. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel gelaufen und ganz einfach für Tore gemacht. Und das war wichtig heute. Ja, wir waren vorne nicht effektiv genug. Hat sicher auch was noch mit der Eingespieltheit zu tun, ganz klar. Sicherlich auch in der Abwehr einige Schwächen offenbart. Und da haben unser Gegenstoßverhalten nicht so gut rübergebracht. Natürlich muss man neidlos anerkennen, dass Berlin das sehr gut gemacht hat. Und da haben wir auch noch mit der Eingespieltheit zu tun, ganz klar.